Hallo Leute, hier sind wieder euer Lokirocks, so wie natürlich euer Liebenswerter, so ein Dorn-To-One, und wir spielen eine weitere Runde, Let's Play, ja Portal 2 Together, wir haben aufgehört, nachdem wir zahlreiche Male von irgendwelchen Propellern getötet wurden, wenn es ich, bitte einfügen und schauen wir uns doch diesmal einen schönen Film an, was läuft, was denkst du läuft? Ah, Dane dancing! Oh, oder vertufe ich mich da gerade? Da war halt ein ein besonderes Video, das wollte ich mir genauer angucken. Dieses Y da hinten, da hat er so schöne CC's gehabt. auch ah jesus christ selbst der hielt ihr nicht was ich weiß nicht was ihr da glaubt zu tun na gut auf Stage 3 darum ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen ganz ehrlich ich will dich abmopsen ha 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 ach warum denn ich hab dich doch aufliegt Atlas Loop heißt zwar Atlas, bist aber kein Atlas P-Buddy die Frage ist jetzt halt auch dafür wofür steht das P ha 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 Touche Schlampe 1 1 steht es knapp knapp du mal ich sag nur deine längliche Form ne und schon hat sich das erledigt mhm aufgegeben Wieso oft schaffen wir was wundervolles und lassen es dann fallen keine Ahnung gewisse Schlampe wisst ihr warum sie diese Strecke aufgaben? zu tödlich oder? hätte ja klappen können ähm geh mal dein rotes Portal stellen oder warte mal Alter ja ah du hast schon ne? ja nevermind genau ja ich dachte das würde noch durch meinen Dings angetrieben werden nein 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 und weiter hm 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 ok was brauchen wir hier? was ist hier überhaupt? ok wir brauchen einen Ball aber ah ich sehe es schon wo siehst du was? du musst dafür sorgen dass ich von der Lichtbrücke aufgefangen werde dann lande auch auf der Lichtbrücke ok und jetzt? aber vielleicht ein bisschen hoch kannst du es noch ein Stück tiefer stellen? ja passt oh ein Balli kriegen wir hier irgendwo ein Balli her? da äh ja da geh mal durch das rote Portal äh geh mal durch das rote Portal rote? ok aber komm ich nicht weil in gelbes zu äh zu zu weit unten steht ich spring mal in 3 2 wer war mal geh durch nochmal durch das gelbe ok guck mal halt so bolli ähm so dann müssen wir das Ganze jetzt nochmal machen nein ich werde jetzt oben drauf bleiben können ja weil jetzt muss ich äh wenn ihr jetzt hochgeschopfen wird für den Ball gesettet also hoch mit dir hier voll ähm und jetzt ich habe den Ball ok die Methode also ja klappt nicht so hab ihn ja soviel zu deiner großartigen Idee ähm ok ach ja da war ja was was denn? kann sich richtig landen? ok ähm aber ja wie soll man das jetzt machen? ja nie mal ah ich weiß nicht ich stell doch dein Portal jetzt da einfach hin stell die Eisheit runter einfach und dann nach oben ich fall fachsamt au da könnte ich mir halt vorbei auch egal da könnte ich 24 Stunden angucken wie du dir wehtust ne halt die Klappe und jetzt ok hääp nein 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 bleib da oben bleib einfach da oben ginge es nicht eigentlich sofort von Anfang an so doch auch machen die brücke bis weiter ruhe ich müsste die packen leute suchen man das ist nicht gesettet wurde weil ich durchgeflogen bin ich bin es ist die das wird nicht falsch an aber wie soll ich das Gefühl sie meint würde gut hinhauen klar das ist aber sowas hat es hoffentlich verstanden wenn ihr den Prozent die Kurt von der Roboter Sprache kennt und vergiss nicht Leute Männer verstehen sich unter Dings die Männer Tone Sachen aber wenn wir meinen das Dings dann wisst ihr genau wir wollen das Dings ich hab Angst ich hab grad was wir machen sollen hier mach mal dein rotes da wohin oder gelbe ist je nachdem dann gehen wir zurück ach so wie ich jetzt noch tiefer mach du deins egal welches du machst nein du hast das falsche gemacht geh nochmal hin Dings meister und 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 Geld ist die aktiviert und wird testen weiter Alter! Was? Was? Machst du ja Angst. Hahaha. Sehr gut gemacht. Die Menschen sperrten diese Strecke, weil sie sie für zu tödlich lieben. Ja, ja, was auch immer. Warum, warum, warum? Warum auch immer? Hey! Ist da kein Problem. Ja, das redet so viel. Zumindest zu viel Bullshit. Ganz ehrlich. Tell me more about it. Das ist so, als ob meiner Frau 24 Stunden nicht zuhören würde und diese alles auf den nächsten Tag verschieben würde. Alter, ich habe eine Frau und eine Tochter. Ich weiß, wovon du da sprichst. Ich weiß es, Mann. Aber unsere Zuschauer vielleicht nicht. Einer meiner besten Tests. Und die lassen hier Pflanzen wachsen und fassbaren. Man kann Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht. Sie retten alles aus und zeigen weder Schmerz noch Furcht. Unwissenschaftlich. Ähm. Ja. Oh! Yay. Yay. Er gibt keine Ahaha. Euer Versagen erinnert mich an wundervolle Dinge. Ich finde mein Ergebnis. Klar. Ich für's geschafft, dass dein Schmerz ist. Ja, ja, ja. Ich geh ja schon. Bally! Du Arsch! Was denn? Du hast überhaupt keine Koordinator? auch kleiner Mann ich gehe da nicht mehr entfällig ist so wie auch in Fäcken lassen doch eben mit dem Ball ich weiß nicht, dass wir erstmal zurückgehen da ja ich seh's schon das habe ich da gestellt jetzt hier das hellblaue das heißt wir brauchen das dunkelblaue ach mach einfach da oben mal das rote hin dann gehe jetzt halt durch Mainz und mach das richtige halt den Ball hier welches soll ich jetzt machen? auf jeden Fall, dass wir da rüberkommen also halt gar nichts so pass doch nehm den Ball du wirst ja gleich runterfallen wenn ich mein Portal umstelle warum? weil ich es möchte ganz vorsichtig leg ihn rein abgelegt gut nein nein ich interpretiere diese Geste als Aufforderung noch gemeiner zu euch zu sein frage ich mich, ob du überhaupt Bälle hast wo man reintreten kann tch ach nö, oder? das könnte bisschen weiter seitlich aber die Frage ist jetzt was bringt mir das? was bringt dir das? genau, du musst da drauf landen jetzt? ah, da musst du sofort in dem Moment das gelbe stellen wenn ich getroffen werde jetzt von der Wand wo mein dunkelblaues ist ah, okay so, okay und los genau tja, und wie komme ich jetzt rüber? du katapultierst dich jetzt rüber? so, dann mach ich das selbe Spielchen mit dir Gott nur sagen eh, eh und erstell dir das blocken dir doch einfach mal selber ich muss immer alles selbst machen ja, nein, weil dann hast du es ja nicht das ne, ich weiß nicht, was du meinst äh, gelb wo mach ich das sonst? das war zu früh das, das meinte ich nicht das hätte ich für dich schon machen können ach so jetzt hast du verstanden, ja ja, okay gut machen wir das recht hier vorne äh, vers- hmhmhm ich krieg's nicht gedreht, das ist ein Problem also warte mal, ich krieg's doch vielleicht gedreht ja genau und dann springst du jetzt einmal rüber so ich drück sobald du springst so früh ne vielleicht vielleicht sollte ich vielleicht auch erst ausnahmsweise mal wirklich gegen das prallen lassen bevor ich drücke erfehlenswert würde ich auch denken doch weiter hoffentlich auch hoch genug ich bin ich um alt du hast mein vertrauen verletzt er hat das war natürlich ein kalter Absicht ja klar zumindest wollten die Pflanzen keine Belohnung und ich bin Vegetto Super Saiyan Stufe 3 im neuen Dragon Ball Z Film also so na dann ja es kommt neuen Dragon Ball Z Film raus ok mit Anubis diesmal ich weiß nicht ich hab mir die Teile schon nicht mehr angeguckt in dem boah wie alt war ich so da liefen die damals abends noch auf RTL 2 oder so um 19 Uhr Uncut alter oh das war geil keine Ahnung keine Ahnung kann sein damit die Menschen mit sich zufrieden sind er ist extrem leicht folgt einfach den Pfeilen zu dumm es gibt keine Pfeile mehr viel Glück du du bist du ach ja klar ja das ist rutschig mit dem Auto starte ich aus viel lernen du musst noch Joga Paderborn ein gelbes macht ein gelbes vor Ort und richtig okay also ich kann mir gelbes jetzt dahintun wo soll ich mein gelbes Frage ist was das gelbe was bringt ja das gelbe hat ja direkt zur Verbindung achte mal weil du Adorik haben mit deinem Portal jetzt auch wieder what bitch what the fuck ah klar Moment ich weiß was ich weiß es wirst du mitkommen Gott ich hab Angst wir werden sterben bei dir Alter naja lass uns lieber einzeln machen ich treue Beauty see ya häh ähhhh komm schon Atlas oooh nja 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 Die nächste Ebene geladen. Und dann war es das auch tatsächlich schon wieder für heute. War ein recht share-apart, finde ich. Also, hat sich gar nicht angefühlt wie... Ne? Aber hey! Es hat viel Spaß gemacht. Ich hab oft wieder unseren lieben Mr. Lucky Robs umgebracht. So wie ich es mag. So... Wie ich ihn... Hab ich baden lassen. Ich hab dich auch gerne. Okay, und dann würde ich sagen, sehen wir uns allerdings erst wieder das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Portal 2 Together. Euer Mr. Lucky Robs mit mir war. So, I want to want. Ich danke euch wie immer für's Zuschauen. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.